hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal pglocco.com wenn es wenn wir spielen mal wieder overwatch mal gucken ob die aufnahme diesmal klappt als vorhin hat das ops gezickt und das game hat geleckt jetzt sieht es gut aus einem ops neu gestartet und eine aufnahme weggebrochen ich liebe das technik die begeistert da lässt uns raus lässt uns raus lasst uns raus den schild kapiere ich nicht ja es sieht auf jeden fall gut aus die vps bleibt noch sehr weit oben so soll auf den großen monitor gucken auf den kleinen display vom ops das war nicht ganz so gut obwohl die frame ist jetzt gerade im keller das gibt es noch nicht aber es bewegt sich flüssig egal die aufnehmen nämlich dann hoffe ich dass bei anderen games nicht so ist also ich wollte auch so vieles drauf und trefft nichts tödlich haben wir den healer danke na toll die am schild hilfe alter das ist mein team wo soll es bei team ja es läuft leicht lecken nach egal die aufnehmen nehmen wir die aufnehmen nehmen wir leicht lecken das könnte noch gehen okay wir müssen da hinten und den punkt einnehmen dass wir das fahrzeug kriegen glaube ich dafür sollten wir nicht sterben und auch mal nach vorne marschieren ja das heißt so ein bester noch ja das stimmt ganz ehrlich war so ich habe ja noch ein leben da rotzt man als rein und wird trotzdem am sterben das lecker doch ich kapiere es nicht kannst du ja nur das internet sein oder seit dem westen ist das bisschen schlecht ich habe den rabbit zu weit kommt schon leute lasst uns den punkt einnehmen für diese wunderschöne limonade sorry limousine ins ziel bringen kommt schon die glück für mich eigentlich kann da hoch ein problem ich hätte barriere zwar aufs auto gestellt aber kein problem alter 37 vps warum egal wenn es jetzt leckt leckt ist ich hoffe nur dass danach bei den anderen games nicht so ist und warum keine ahnung ein problem wir machen alles blatt keine gegner mehr jetzt ich glaube wir gewinnen das ganze hoffe ich ich habe meine rakete nicht aufs ziel coole sache nein 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 alter beinahe hat sie mich weggefetzt beinahe hat sie mich weggefetzt was okay ich habe gar nicht mehr die energieanzeige geachtet verdammt da bist man zu arrogant ist kein problem problem bisschen arrogant gewesen gerade ich komme ok drauf liegen ist nicht so gut alter ich glaube die kassieren wir kassieren scheiße oh mein gott immer wieder rein ein bastion hat der war von uns ne ne das ist die killcam das will ich auch hatte ich kann hier hoch ne und dann kann ich noch da dann nach da kommen gleich drüber wann ist das doof ah ist gerade hochgefahren ja gehen jetzt alle da hoch kein problem wir haben am besten so geht das mit genug feuerkraft im rücken ok wir haben es wieder mein team war gerade extrem gut ich habe keinen kill bekommen kein problem auch schon wir kommen weiter team kill was also am team kill bekommen cool wir kommen ein bisschen weiter wir schaffen das doch und die vps ist egal die aufnahme genommen ich glaube das ist jetzt gerade die fließendste von beiden gut gemacht team ja gut gemacht team ja ich bleibe immer sehr arrogant auf dem ding stehen und feuer einfach nur nein 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 ah kurz auf dem ziel das gibt es doch nicht kurz auf dem ziel verliere ich meinen mech oh ey doch nicht so wo ist mein team ich war gut ich weiß gut oder schreibt die kommentare ich war gut oder aber man ist lächst ich weiß nicht was das soll vielleicht muss ich ein update bei ups machen ich habe keine ahnung genji der falsche weg oh scheiße komm mal da raus kleine wirst ja meg gleich nicht mehr ich habe den rabbet ich habe es für dich schon wieder kein kill nein komm schon das wirst du noch hinbekommen so viele meter sind es auch nicht mehr äh hallo auch energie vor viel energie weil das war ja gar nicht besser miss miss ich will hinter ihr bleiben hinter ihr scheiße ey versuch was wert oder sah gut aus ja ich bin gut als lieber ne ja ja wir gewonnen ja das war es ein kurzes knackiges video dann gut zu sehen ich wünsche euch einen schönen tag einen guten morgen und einen noch besseren abend so sehen sie raus ich bin hier mit raus peep